Lebenskunst muss man nicht können. Zu Gast in diesem Skill Profile Web Talk habe ich einen ganz besonderen Menschen, den Stefan Reuter, einen langjährigen Weggefährten. Er ist Mitglied der Skill Community, in der inzwischen 140 Kolleginnen und Kollegen versammelt sind. Er ist ein ganz besonderes Mitglied. Ich denke, das wird sich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erschließen im Verlauf dieses Talks, warum er ein ganz besonderes Mitglied ist. Aber jetzt erst mal herzlich willkommen, lieber Stefan Reuter, an den Bodensee nach Storka. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin und danke für die Einladung. Ich finde, es ging schon gut los. Das stimmt, vor allem, weil wir als erstes mal einen Versprecher hatten. Ich überlege vielleicht sogar, dass wir den dranlassen und nicht wegschneiden, diesen kleinen Versprecher, wo wir dann noch mal ein zweites Mal starten. Stefan, ich weiß ja von den vielen Gesprächen, die wir miteinander haben und E-Mail, der E-Mail-Korrespondenz wahnsinnig beschäftigt. Ich kenne keinen Kollegen, der so viel unterwegs ist wie du. Immer, wenn ich dich sprechen will, ich bin die ganze Woche unterwegs. Ich melde mich am Sonntag. Was motiviert so einen vielbeschäftigten Kollegen, der Einladung zu folgen, mit mir diesen Talk hier zu führen? Oh, ganz vieles, ganz vieles. Ich spule mal ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe, ach man, wann war denn das? 1998, glaube ich, zum ersten Mal von dir gehört. Und was daraus wurde, zeichnet sich ja schon ab. Also ich habe ja unglaublich viel von dir gelernt. Und an der Stelle ist es ja auch mal schön, öffentlich zu sagen, danke auch für deinen Support, weil jahrelang habe ich es zumindest so gefühlt, dass, ja, habe ich viele Tipps von dir gekriegt. Und ich hatte da, ja, war gut aufgehoben dann auch, auch in deinen Händen. Du hast mir wirklich vieles beigebracht in unserer Branche. Und das vielleicht mal so an dieser Stelle. Also ich glaube, wir sind ja, wenn ich unsere Haare so anschaue, deine werden ja bald, sind sehr schön weiß, meine hellgrau. Aber wir gehören ja schon zu den Semestern, die schon lange in diesem Geschäft tätig sind. Und ja, und von dem her motiviert mich das täglich, unser Know-how an die Menschen zu bringen. Und lieber Stefan, da wir von, da du von unserem oder deinem Know-how sprichst und es an die Menschen zu bringen, da muss ich doch gleich mal zitieren von dem Text, den du mir freundlicherweise in Vorbereitung auf unseren heutigen Talk geschickt hast. Ich lese vor, wortwörtlich, damit ich es auf jeden Fall auch richtig wiedergebe. Du selbst schreibst über dich. Du bist Autor, Redner und Coach. Du brennst dafür, Menschen inspirieren und zu begleiten. Du brennst für wahre Könner. Diese Selbstbeschreibung, die muss und möchte ich mal so ein bisschen genauer mit dir anschauen, weil ich dachte, wir können es uns auch leisten, wir zwei, dass wir uns mal kritisch mit diesen Themen und der Selbstdarstellung der unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen. Findest du nicht, dass das Brennen in Zeiten, in denen Burnout tagtäglich zunimmt, irgendwie eine Vokabel ist, die aus der Zeit gefallen ist? Verzeih die Frage. Nein, ich fände diese Frage sogar sehr schön. Also ich glaube, nein, sonst hätte ich es ja nicht so geschrieben. Also mit Brennen meine ich natürlich die Hingabe, mit der du Dinge tust. Also diese innere Motivation, Dinge gut machen zu wollen. Das ist was Wunderbares, wenn ich das spüre. Und da ist es auch völlig egal, welchen Job die Menschen machen. Also ich bin ja gebürtiger Nordschwarzwälder und wenn ich zu meiner Mutter sagen würde, du hattest du eigentlich in deinem Leben auch schon mal so ein Burnout, weil die haben wirklich als Gastronomen viel gearbeitet, dann würde die mir antworten, hör auf mit diesem Wort. Also ich spüre, die Leute haben eher ein langweiliges Dasein heutzutage, ein Burnout. Also ich mag einfach Menschen, die das Feuer mitbringen, mit Hingabe und Leidenschaft Dinge zu tun, weil wenn wir diese Hingabe und diese Leidenschaft spüren, dann werden wir, ja, wir werden gefesselt dann auch. Und das ist was, was ich heute in der Welt leider nicht mehr allzu oft erlebe. Und deswegen finde ich brennend eine sehr schöne Vokabel für etwas zu brennen. Aber wie sagt Hildegard von Bingen so schön, ich glaube, sie war es, die Dosis macht das Gift. Und das können wir ja auch aus der Naturheilkunde. Also wenn sich jemand engagiert für etwas einsetzt mit viel Hingabe, dann ist das wunderbar. Wenn er es mit dieser Stärke übertreibt, ja, dann geht jemand vor die Hunde. Also das Ziel ist, gib dein Bestes, aber nicht unbedingt dein Äußerstes. Das ist ja ein feiner Unterschied. Ich versuche es mal mit dem Text nochmal. Ich bin voller Hingabe dafür, Menschen zu inspirieren und zu begleiten. Wie klingt das für dich? Klingt gut, klingt gut. Könnte ich durchaus künftig übernehmen. Okay. Könnte ich durchaus übernehmen. Ja, meinem Naturellen entspricht natürlich schon Brennen, aber ich weiß schon, was du meinst. Alles gut. Ich weiß, was du meinst, ja. Lass mich da nochmal einen Moment bei dem Brennen bleiben und ich werde jetzt nicht weiter klug scheißern und die Vokabel ersetzen durch Passion, durch Leidenschaft oder Hingabe. Du hast geschrieben, du brennst vor allem für Könner. Die haben es doch gar nicht nötig. Wie wäre es dafür, für die Nicht-Könner zu brennen und die dabei zu begleiten, dass sie zu Könnern werden? Naja, jetzt müssen wir natürlich mal den ganzen Text, den ich dir geschickt habe, müssen wir genauer beleuchten. Okay, soll ich ihn komplett vorlesen? Könntest du durchaus tun. Aber ich möchte mal auf dieses Wort Könner eingehen. Zunächst mal ist es schön, wenn wir Menschen Könner beobachten. Und mit Könner meine ich, wenn es Menschen gibt, die in ihrem Rhythmus Dinge tun, völlig egal, was sie tun, also auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und mit dem Text bezeichne ich genau das, also dass es ein Genuss ist, Könner bei ihrer Arbeit zu beobachten. Und häufig spüre ich eben, dass Menschen schon gut sind und trotzdem mich jetzt konsultieren oder zu mir kommen, weil sie noch irgendwas dazu lernen wollen oder eben noch besser werden wollen. Was mich ja dann immer fasziniert, weil die kommen ja schon zu mir und können schon total viel. Und trotzdem ist es schön, sie in ihrer eigenen Art, in ihrem eigenen Tempo, in ihrem eigenen Rhythmus zu erleben. Und das ist so ein schönes Bild, wenn du einen Tischler siehst, der mit voller Hingabe den Tisch bearbeitet und du spürst einfach, der kann das. Der geht in seinem Rhythmus den Dingen nach. Daher kommt das Wort Könner. Es ist schön, Könner zu beobachten. Man lernt unglaublich viel. Du weißt ja, ich komme aus dem Sport und wir haben immer früher unglaublich viel über die Augen gelernt und dadurch logischerweise auch sportlich geklaut. Wie geht eine Bewegung? Wie macht jemand etwas? Und das ist schön. Ich beobachte unglaublich gerne erfolgreiche Menschen in ihrem Tun. Ich glaube ja sowieso, dass wir in unserer Provenienz unglaublich privilegiert sind, weil zu uns, also ich meine jetzt nicht nur zu dir und zu mir, sondern zu uns, die wir in dieser Branche unterwegs sind, kommen ohnehin nur die, die schon gut unterwegs sind, weil die ein relativ ausgeprägtes Selbstreflexionsvermögen mitbringen und eine unbedingte Bereitschaft, sich selbst weiter zu optimieren, die dies wirklich nötig hätten. Also ich gehe mal in die politische Kaste, ein Olaf Scholz, der aus meiner Sicht erhebliche Leistungsreserven in der Kommunikation hat, die kommen nicht. Die gehen vielleicht mal in die Friedrich-Ebert-Stiftung. Aber lass mich noch mal da ein bisschen nachbohren. Wenn du jetzt also die Könner begleitest, die, die das, was sie tun, so tun, dass man merkt, sie brennen dafür. Wir drehen das jetzt um. Du sprichst nur noch von Hingabe und ich vom Brennen. Pass genau auf, pass genau auf. Okay. Wie inspirierst du dich? Und wie lange begleitest du jemanden? Ist es dann so, dass der irgendwann sagt, so jetzt reicht es mir, Stefan? Oder sagst du irgendwann, so jetzt bin ich überflüssig, andereherz? Also mein Ziel ist persönlich immer, wenn ich in einzelnen Coachings mit den Menschen arbeite, dass die irgendwann mich eben nicht mehr brauchen. Also ich erlebe ja auch in unserer Branche beim einen oder anderen Kollegen, dass der eine oder andere Kollege, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen, also ihr da draußen seid ihr Kollegen, dann prüft das nochmal genau für euch. Aber ich glaube, der eine oder andere sorgt wirklich dafür, dass man so ein bisschen abhängig wird von dem Coach oder dem Berater oder so. Diese Abhängigkeit finde ich nicht gerade förderlich. Also ich helfe Menschen wirklich gerne dabei, dass sie mit sich selbst am besten klarkommen und mich dann im besten Fall nicht mehr brauchen. Aber was dann passiert und das ist das, was du ja auch ansprichst, ist, dass wir meistens langfristige Begleitungen haben. Also dass der, der mich bucht, spürt, ja, das tut mir gut, das bringt mich irgendwie weiter. Und dann geht sowas schon mal zwei, drei Jahre. Und ja, wie bei allen Themen kommt es natürlich auf den Kontext an. Warum kommt jemand überhaupt zu mir? Warum denkt er nochmal irgendwo inspiriert werden zu müssen oder zu wollen? Um dir mal so zwei Beispiele vielleicht zu geben meiner Arbeit. Ja, einer kommt, der möchte einfach einen besseren Vortrag halten. Ganz simpel und banal. Und sagt, ich habe den Eindruck, das geht besser wie das, was ich bisher tue. Könntest du mit mir mein Wahrnehmungs- und Wirkungsprofil mal anschauen, wie ich oft, also so würde ich das nicht formulieren, aber das leitet sich daraus ab. Er würde sagen, ich will gut ankommen. Und dann sage ich, na, das ist doch schön. Was willst du denn genau erreichen? Also Grundlage ist immer ein erstes, ein erstes klares Gespräch. Was möchtest du überhaupt erreichen in der Arbeit mit mir? Weil ich finde, das gehört von der Professionalität dazu, um zu sagen, da bist du bei mir richtig oder du bist eben bei mir falsch. Und dann arbeiten wir an den entsprechenden Kompetenzen, die es dafür braucht, damit er auch dort in einen guten Rhythmus kommt, eine gute Souveränität findet. Weil er das Gefühl hat, ich bin zwar gut in dem, was ich da mache, aber dort könnte ich jetzt irgendwie besser sein. Ein Beispiel. Zweites Beispiel. Ne, wie beschreibe ich es schön. Eine junge Führungskraft, jung, also mit jung meine ich jetzt so Mitte 30, so, kommt zu mir und sagt, irgendwie, ich bin immer so verbissen, wie ich die Dinge mache. Und ich möchte, Achtung, das noch besser machen, was ich da mache. Und dann spüre ich schon alleine in dem Blick und in der Art, wie sie das sagt, dass das jetzt korrekt laufen muss und wirklich richtig gut sein muss und perfekt werden muss. Und wenn ich jetzt mit ihr in den Dialog gehe, dann war das ein sehr schönes Beispiel, weil ihr schlichtweg, ich fange vielleicht mal mit ihren Worten danach an. Sie sagte, Stefan, das ist alles so leicht. Ich habe mir das viel schwerer vorgestellt. Du begleitest mich jetzt ein Jahr lang und die Dinge werden irgendwie leichter. Ich habe irgendwie gedacht, die funktionieren anders. Irgendwie habe ich ein neues Mindset darüber. Ich schaffe es nicht jeden Tag, aber häufig. Also auf gut Deutsch, die hat eine andere Leichtigkeit im Leben gekriegt, kam aber mit einem anderen Ansatz, noch besser werden zu wollen. Also manchmal sind die Wege unergründlich. Lieber Stefan, ich habe jetzt zwei Vokabeln mehrfach gehört. Also eine habe ich ganz oft gehört. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe darauf geachtet und das erinnert mich sehr an die Wahrnehmung meiner Frau, meiner Partnerin auf dem letzten Trainerkongress, an dem wir teilgenommen haben. Und da ist sie mitgekommen, weil sie das interessiert hat. Die andere Vokabel, die hast du nur einmal verwendet. Das kannst du, wenn du dann im Nachgang den Talk anschaust, selbst nochmal nachvollziehen. Aber sie passt zu dieser oft verwendeten Vokabel. Welche meine ich? Ich meine besser, besser, besser. Verbessern. Und ich meine die Vokabel, ich helfe. Also die Aussage, ich helfe meinen Mandanten. Die Wahrnehmung meiner Partnerin ist, dass irgendwie sie das Gefühl hatte, dass sich die Trainerinnen und Trainer, die da versammelt waren, auf dieser Veranstaltung alle für was Besseres halten. Daher auch dieses, alle anderen sind hilfsbedürftig und ich helfe ihnen. Wie nimmst du das wahr? Also ich würde dem zustimmen, was deine Frau sagt. Ich glaube, dass es in unserer Branche verbreitet ist, dass das sehr viele Menschen auch ausstrahlen. Wenn man mal in meinen Werdegang guckt, dann begegne ich den Menschen auf Augenhöhe. Also ich glaube nicht, dass ich etwas besser kann als der andere. Ich höre nur gut zu. Ich glaube, wenn ich ein Geschick habe, dann ist es den anderen gut zu verstehen und ihn dann durch das, was ich tue oder mache, zu begeistern. Und du sagst es richtig, manche Menschen wollen ja auch gar keine Hilfe. Also sind wir mal ehrlich, die Motive sind verschiedenartig. Also wir hatten mal eine tolle Übung mit einer Psychologin und sie hat dann gesagt, was glaubt ihr, was die Menschen so wollen, wenn die in ein normales Coaching kommen? Also da ging es um Traumata-Bearbeitung. Und natürlich alle sagten, ja, die wollen jetzt Hilfe von uns haben mit dem, was wir wissen. Und wiederum und anderer sagte, naja, es tut gut, wenn wir denen die Probleme abnehmen. Also die Bandbreite war irgendwie riesig. Und ich habe gemerkt, eine gute Dosis ist, dass ich 50 Prozent bei mir bleibe in der Begegnung und 50 Prozent beim anderen. Also dieses Wechselspiel. 50 Prozent bei mir, 50 Prozent beim anderen. Das ist eine gesunde Begegnung auf Augenhöhe, weil ich finde schon echt sein, bei sich sein, was ganz wichtig ist. Das neue Thema, das du ja bei dir in der Arbeit in den Fokus stellst, trägt den Titel. Also als wir miteinander darüber gesprochen haben, ob du Lust hast, mal in einen Talk zu kommen und was könnte denn dann das Thema sein? Da sagtest du, ja, ich habe für mich ein bisschen jetzt im Fokus, dass ich das Thema Lebenskunst stärker thematisieren will. Dann habe ich deinen Text, der mich so ein bisschen eingestimmt hat, gelesen und dachte so bei mir, nee, Lebenskunst? Quatsch. Das muss man nicht können. Und das habe ich dir als Titel vorgeschlagen. Und du, der du ja mir gesagt hast, du möchtest das Thema Lebenskunst ins Zentrum deiner Arbeit stellen, hast diesem Titel nicht widersprochen. Warum nicht? Naja, Lebenskunst ist zunächst mal die Individualität des Menschen. Also so wie du lebst, die Art und Weise, wie du das tust. Das hat ja, das ist ja immer ein künstlerischer Prozess. Deswegen habe ich dir nicht widersprochen, weil Lebenskunst kann man ja auch lernen. Man kann genauer hingucken, wie lebe ich denn mein individuelles Leben? Was mache ich denn so im Alltag? Und wenn jemand dann noch ein gutes Gefühl kriegt, wie er immer gut in seinen eigenen Rhythmus kommt, dann ist es ja wunderbar. Also das heißt, Lebenskunst muss man nicht können. Man kann es ja auch lernen. Ich könnte aber auch sagen, Lebenskunst muss man nicht können. Das hast du schon. Man macht es dir nur nochmal klar, wie du eben leben willst. Weil die Optionalität, die wir ja heute haben, die ist ja enorm. Wir haben Optionen ohne Ende. Wir haben Wahlmöglichkeiten ohne Ende. Tu dies, mach das. Und ja, und was soll ich denn jetzt genau machen? Und ich spüre, eins ist dann ganz wichtig, dass die Menschen innere Orientierung brauchen. Einen klar kalibrierten Kompass. Und das hat viel mit Haltung zu tun. Und deswegen Lebenskunst muss man nicht können. Im Sinne von können. Sondern Lebenskunst ist zunächst mal das, was du ohnehin schon tust. Das kann also jeder. Kann jeder. Nur zunächst mal muss demjenigen klar werden, wie er denn lebt. Und viele halten ihr Leben, nicht für eine Kunst. Sag doch mal in einem Satz, was Lebenskunst für dich ist. Lebenskunst macht Glück. Okay, das ist das Ergebnis der Lebenskunst. Aber was ist die Lebenskunst an sich? Naja, rauszufinden, die Art und Weise, wie ich lebe, was für mich wichtig ist, die Werte, die mir zentral wichtig sind, für was ich stehe, für was ich gehe und für was ich mich auf dieser Welt nicht kaufen lassen würde. Also auf gut Deutsch, wie komme ich in meinen eigenen Rhythmus? Also ein ausgeprägtes Reflexions- und Orientierungs- und Neuausrichtungsvermögen. Ist das Lebenskunst? Ich finde, das klingt gut. Wenn wir es noch einfacher machen, dann würde ich sagen, es geht darum, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dein inneres eigenes Glück findest. Ich komme noch mal zu dem Text. Also ich hätte ihn gerade auch vorlesen können, denn ich habe ihn hier liegen. Das nächste Mal überlege ich mir besser, was ich dir schicke, du. Nein, mach das nicht. Ich finde das wunderbar und übrigens hatte ich den Eindruck, dass du sehr lange und sehr wohl überlegt hast. Auf jeden Fall sehr wohl, was du mir schickst. Also das war nichts Unbedarftes. Du sagst, ein solcher Lebenskünstler hat seinen eigenen oder schreibst, hat seinen eigenen Lebensrhythmus. Er ist auf eine solche Weise eigen, dass er andere Menschen inspiriert. Da du ja jetzt über dich schreibst, dass du Menschen inspirierst und begleitest, gehe ich mal davon aus, dass du dich für einen Lebenskünstler hältst. Ist das so, Stefan? In jedem Fall. Wir haben ja vorher schon erarbeitet, jeder ist irgendwo einer. Aber ich bin natürlich ein ganz besonderer unter uns Trainer. Nein, also ich bin ein Lebenskünstler, ganz klar. Also ich habe jetzt, ich will dir ein Beispiel dazu geben. Ich habe 2015 ein Buch geschrieben mit dem Titel Gut, dass es dir schlecht geht, wie du weißt. Im Untertitel Warum die schlimmsten Tage im Leben manchmal die besten sind. Und jetzt hatten wir ja doch eine Zeit mit Corona und Covid und so. Und es ist ja immer so ein Moment, wo man gucken kann, ist das, was ich denn da schreibe und sage? Kann ich es denn selbst umsetzen auch? Weil meistens über das, was wir reden, über was wir schreiben, beschäftigt uns ja auch irgendwie selbst. Und ich war unglaublich, also wenn ich das mal so sagen darf, ich war wirklich stolz auf mich. Ich habe das gut hingekriegt in der Covid-Zeit. Vor allem auch innerlich gut hingekriegt. Jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in welchem Zustand ich war. Und wenn wir Menschen in einem guten Zustand sind, dann können wir eben auch gut arbeiten. Wenn wir in einem schlechten Zustand sind, dann hat das enorme Auswirkungen. Also auf gut Deutsch, ich konnte an mir selbst experimentieren, ob mir das gut gelingt. Und was ich dann natürlich spüre, ist, dass ich ein Lebenskünstler bin, der häufig aus meinem Erachten heraus, weil das kann man nur individuell für sich entscheiden, gelassen mit den Dingen umgeht. Und trotzdem gibt es Dinge, wo ich sagen kann, da muss ich noch irgendwie für mich dran arbeiten. Da bleibe ich nicht ständig irgendwie in meiner Mitte. Aber ich merke, es tut mir besser gut. Und in der Freude sind wir nun mal enorm leistungsfähig. Oder im ganz tiefen Leid. Naja, im tiefen Leid passiert ja immer eins. Die schlimmen Dinge bleiben mir immer schlimm. Also schön reden hilft nie. Wenn wir uns Leid anschauen und wir haben die Gelegenheit noch dazu, dann können wir natürlich in dem, was uns da passiert ist, da wird es ja kurz still. Die Welt wird angehalten. Könnte ich dir viele Beispiele aus meinem Leben sagen. Und wir denken über gewisse Dinge einfach anders nach. Das Außen wird weniger und die inneren Dialoge nehmen zu. Und da ist es manchmal schon auch erschreckend, was man über sich selbst erfährt in so einer Zeit. Lass uns da nochmal eine Sekunde bleiben. Alfred Adler, Menschenkenntnis. Einer von den drei Großen der Psychologie oder der Psychoanalyse. C.G. Jung, Sigmund Freud, Alfred Adler. Alfred Adler hat dieses wundervolle Buch geschrieben, Menschenkenntnis. Und er hat in diesem Buch die Kernthese aufgestellt und belegt das an unzähligen berühmten Persönlichkeiten. Ich komme deshalb darauf, weil du gesagt hast, in der Freude sind wir unglaublich leistungsfähig. Du hast ja, glaube ich, als zentralen Satz in deiner Arbeit auch Entwicklung macht Freude. Alfred Adler sagt, die Psyche des Menschen ist vergleichbar mit einer Art Feder. Je tiefer man sie drückt, wenn man sie dann loslässt, umso schneller schnellt sie empor. Tchaikovsky war homosexuell, hat die schönsten Liebesgeschichten komponiert. Ludwig von Beethoven war von Geburt an mit einem immer schwerer werdenden, aber schon von Anfang an schwer seienden Hörfehler ausgestattet. Steve Jobs, von dem hat Alfred Adler nicht gesprochen, aber der würde sich heute, oder auch nicht geschrieben, er würde sich in diese Reihe einreihen lassen. Extrem schwierige Kindheit gehabt. Einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt geworden. Einer der visionärsten Firmengründer hat einmal, wie wir alle wissen, Apple hochgefahren und das zweite Mal, sie sind viele nicht, eines der erfolgreichsten Trickfilmstudios, nämlich Pixar ins Leben rufen. Das ist aber ja genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Wie stehst du zu diesem Gedanken, dass man eben aus dem Unvermögen, aus dem Druck, aus der Enge heraus, damit sind wir auch automatisch beim Wort Angst, ganz außergewöhnliche Leistungen zu verbringen vermag. Das wäre genau das Gegenteil von deiner These. Nee. Doch. Nee. Also der überhaupt nicht. Die Frage ist, woran die, all die Menschen, die du jetzt zitiert hast, all die Berühmtheiten, woran sie denn Freude hatten. Und ich glaube, wenn wir da die Untersuchung mit Herrn Adler nochmal machen würden und wir würden all die Menschen persönlich interviewen, dann gibt es einen Punkt, in dem sie unglaubliche Hingabe gespürt haben für ein Thema. Oder sie hatten ein Talent in sich entdeckt, wo sie sagen, ich investiere in dieses Talent. Also wenn ich jetzt zurückdenke in meine Fußballzeit, war es ganz, ganz häufig so, bei uns beim VfB Stuttgart gab es einige Spieler, die kamen aus armen Verhältnissen. Da war zu Hause, es war wirklich sehr trist und traurig. Und ihre einzige Chance bestand darin, ein Fußballprofi zu werden. Da hast du eine unglaublich hohe Motivation gespürt, weil es war die einzige Chance. Also das kann auch ein Motiv sein. Aber es kann eben auch ein Motiv sein, dass ich in irgendetwas erkenne, dass ich in irgendetwas gut bin. Und wir Menschen, wenn wir Stress haben, investieren wir immer in unsere Stärke. Das heißt, das, was wir gut können, da investieren wir. Und wenn ich noch was hinzufügen darf, ich gebe dir recht, Entwicklung macht Freude ist meine große Vision. Aber Vision heißt ja immer, es ist verlaufsoffen. Ob wir jemals ankommen, wer weiß. Stell dir mal vor, wenn ich mal sagen würde, im Leben ist was Schlimmes passiert, aber hey, Leben bedeutet Lernen. Entwicklung macht Freude. Also so würde ich mir die Welt vorstellen. Weil es wäre dann traumhaft. Dann bedeutet Leben eben immer Lernen. Aber bis wir dort ankommen, ist es manchmal auch Arbeit. Deswegen sage ich immer, bevor es Freude macht, ist es Arbeit. Also Qual, also Leid. Also Arbeit kann auch mal Leid bedeuten. Natürlich. Es ist, weißt du, in der Situation, die wir sicher als Menschen beide schon erlebt haben, also du und ich, wenn es uns schlecht geht, also je nachdem, was uns da so passiert, es wirft uns aus der Bahn. Und wenn uns was aus dem gewohnten Gleise wirft, dann bilden wir uns ein, alles sei verloren, hat Leo Tolsthal schon gesagt. Und ja, und das ist dann meistens der Moment. Wenn wir es überleben, wird es oft gut. Aber ich meine es wörtlich, wenn wir es überleben. Ist das so die Kernthese deines Buches, gut, dass es dir schlecht geht? Na, die Kernthese ist, gut, dass es dir schlecht geht. Ich habe ja, weißt du, es ist ja verrückt. Im ersten Buch schreibe ich einen Titel, gut, dass es dir schlecht geht. Warum die schlimmsten Tage im Leben manchmal die besten sind, weil ich so ein Gefühl hatte von, es ist doch gut, wenn wir mal stehen bleiben und über unser Leben nachdenken. Da kann irgendwie Großes entstehen. Also mehr aus so einer eigenen Geschichte heraus und meinen Beobachtungen. Dann habe ich drei Jahre später mein zweites eigenes Buch geschrieben, Wer Frieden will, muss streiten können. Eine Aufforderung zur Political Directness. So, dann habe ich das geschrieben und dann habe ich irgendwann mal, es ist schon irgendwie, es war echt lustig, irgendwann darüber nachgedacht und denke, warum eigentlich genau die beiden Bücher mit diesen Titeln und wieso denn das? Und dann ist mir eins aufgefallen und das war echt verrückt. Das ist alles in meinem Thema, in meinem Dasein hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Der Titel, gut, dass es dir schlecht geht, ist ein Titel, glaubwürdig mit sich selbst zu sein. Darum geht es, sich nichts vorzumachen, um dann zu erkennen, dass schlimme Tage manchmal gar nicht so schlecht sind, um zu erkennen, wo es irgendwie weitergeht oder was ich jetzt machen möchte. Und das zweite Buch, da geht es um Glaubwürdigkeit in der Kommunikation. Glaubwürdig zu kommunizieren und um eben so verstanden zu werden, wie man verstanden werden will, aber auch eine echte Botschaft zu schicken. Also kurzum, es geht in meiner Arbeit immer um Glaubwürdigkeit. Um verstehen zu können, hast du gerade formuliert, da muss ich jetzt deine, möchte ich deine möglicherweise auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Erklärungskompetenz in Anspruch nehmen. Ich habe nämlich mal in Wikipedia nachgeschaut, was da zum Thema Lebenskunst steht. Der Brockhaus der Neuzeit oder das Mayer'sche Konversationslexikon im virtuellen Kontext. Da heißt es, dass der Volksmund im Zusammenhang mit Lebenskunst davon spricht, dass jemand sein eigenes Leben schmiedet, jeder seines eigenen Glückes schmied ist. Diese Art geistiges Handwerk, so Wikipedia, dient der Verwirklichung, Wahrung und Erfahrbarkeit des Selbst, des im Sein und so sei, so Wikipedia, eine ständige Herausforderung an die Persönlichkeit und Mitwirkung auf den eigenen Lebensstil. Ich bin verwirrt. Was will uns die Autorenschaft damit sagen, Stefan? Zunächst mal würde ich sagen, stimmt. Was stimmt? Das, was die schreiben oder dass ich verwirrt bin? Der Text. Ach so, okay. Aber dass du verwirrt bist, das kann ich auch nachvollziehen. Aber erklär, was bitte hiermit gemeint ist. Ja, Lebenskunst hat wahnsinnig viel mit Innen und Außen zu tun. Eigentlich auch wie so ein bisschen in unserer Arbeit mit Skill-Profile, wenn wir da vielleicht später nochmal drauf kommen, weiß ich nicht. Aber wichtig ist mal zunächst zu sagen, Lebenskunst in mir selbst habe ich vielleicht Orientierung. Also ich beschäftige mich mit mir, ich weiß, was mir gut tut, ich habe vielleicht auch ein Umfeld, wo ich sage, ja, ich fühle Glück. Ich lebe sozusagen meine eigene Lebenskunst und die macht mich glücklich. So und jetzt lebe ich sozusagen und jetzt kommt aber im Außen jemand, der mir klar macht, dass Erfolg doch irgendwie anders sein müsste. Der zum Beispiel mir von außen sagt irgendwie, also das sind ganz banale Beispiele. Du gehst jetzt irgendwie deinem Sport nach und einer sagt, du, da warst du aber auch schon mal besser drauf. Oder es kommuniziert mit mir jemand von außen und dann werde ich kurz so ein bisschen unsicher. Und ich denke, ist es denn gut genug, was ich da eigentlich gerade mache? Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Wir vergleichen uns mit der Außenwelt. Warte kurz, gut genug für wen? Also gemessen an wem oder was? An irgendetwas. Das ist ja auch immer faszinierend. Also an dem anderen oder an allen anderen. Also wir haben oft gar keine richtige Bezugsgröße. Und darauf will ich raus. Die eigene Bezugsgröße bist du ja eigentlich selbst. Wenn ich heute ein bisschen besser spreche als gestern, dann ist das schon gut gelaufen. Aber wir Menschen vergleichen uns oft mit allen anderen. Was ist Erfolg? Also ich glaube, es muss damit beginnen, dass wir zunächst mal definieren, wann ist ein Leben für mich persönlich erfolgreich? So und wenn ich eine klare innere Haltung dazu habe und dieses Leben lebe, dann bin ich doch glücklich. Und das Problem ist aber, dass dann von außen jemand kommt, der irgendwie ein anderes Leben hat, wo wir sagen, naja, wir werden dann kurz oft so unsicher. Ist das jetzt wahres Glück? Nee, eigentlich fühle ich ja das Glück. Eigentlich muss es so bleiben. Und in der ständigen Begegnung mit außen, mit der Vielfalt der Optionen, mit dem, was du alles machen könntest, mit dem, was wir in Instagram täglich sehen, mit dem, was irgendwie in Facebook, TikTok und so weiter läuft, denken wir, die Welt ist so bunt und wie ist denn mein eigenes Leben? Und ich glaube, diese Vergleiche führen immer zur Unzufriedenheit. Und wenn man den Text mal genau anschaut, dann ist die Kunst, besteht darin, dass wir die eigene Orientierung finden und dann den Kompass kalibrieren und ihn immer wieder aber neu kalibrieren. Das ist Arbeit. Das meine ich mit dem Satz, bevor Entwicklung Freude macht, ist es Arbeit und zwar täglich neu. Wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, zu gucken, wo stehe ich, wo bin ich, was ist mir eigentlich wichtig? Weil dazu ist unser Leben einfach zu schnell. Jeder für sich selbst. Jeder für sich selbst, ganz wichtig, Individualität, schreibe ich groß. Dann schmeiße ich dir mal ein paar Wortperlen rüber und habe die Bitte, dass du die versuchst, auf die Kette zu kriegen. Ich schreibe sie mit. Nein, ich bin sicher, die kannst du behalten. Die Wortperlen sind Selbstreflexion, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, Selbstverachtung ist selbstverständlich auch eine. Und dann habe ich dann auch das Wort Lebenskunst. Deins, deinen thematischen Fokus. Wie passt das zusammen? Wie kriege ich das hintereinander? In welcher Reihenfolge muss ich das bearbeiten? Bis hin zur Selbstverpflichtung. Also zunächst mal glaube ich, dieses Thema Selbst ist mal ganz entscheidend. Und es gibt ja zwei Wege, wie du das machen kannst. Also zunächst mal, ich würde mal anfangen bei der inneren Arbeit. Ich würde zunächst mal überlegen, für was stehe ich überhaupt, für was gehe ich überhaupt? Wie sind meine inneren Überzeugungen überhaupt? Was denke ich denn so im Innersten? Was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Das sind so ein paar Fragen, die man sich stellen muss. Du hast mal Klaus-Peter Seibt, ein Künstler zitiert, als du mich unterstützt hast, bei einem Vortrag. Klaus-Peter Seibt sagte, es sind die Fragen, die uns hinter die Dinge führen und nicht unbedingt die Antworten. Also allein die Frage zu stellen, ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Sich die Frage zu stellen, zu überlegen, was will ich denn eigentlich irgendwie im Leben mit all den Punkten? Und sich die auch zu notieren. Und wenn man das selbst mal unterteilt, dann kommen ja die Worte. Also sich selbst sicher zu sein. Seiner selbst sicher zu sein, das hat mit Vertrauen zu tun. Wenn wir sagen, der selbst bestimmt leben zu wollen, dann heißt es ja überhaupt, was möchte ich denn überhaupt? Wie möchte ich denn leben? Das hat mit Selbstbestimmtheit zu tun. Also wir müssen das Wort selbst in erster Linie mal zerlegen. Und was ich mit Lebenskunst, mit Lebenskunst macht Glück meine ist, stell dir das künstlerisch vor. Du hast deine große eigene Leinwand und du bist der Künstler. Und du entscheidest, wie du diese Leinwand bemalst, was du mit dieser Leinwand tust, wie du sie gestaltest, wie du sie individuell baust. Und das kann ganz intuitiv sein beim einen oder anderen. Beim einen oder anderen kann es sehr strukturiert und geplant sein. Aber du baust dein Bild. Und dann gibt es um dieses Bild ein paar universelle Gesetze. Stichwort, der goldene Schnitt im Bild. Oder, oder, oder. Es gibt so ein paar Formate, die im Leben immer so stehen. Das Gesetz des Handelns, das Gesetz der Erkenntnis oder, oder, oder. Aber das sind universelle Gesetze, die wir nicht, ja, die nicht wir geschrieben haben. Die wir aber verändern können? Na, ich sage mal, die universellen Gesetze, Gesetz des Handelns, das ist ein universelles Gesetz. Wer macht, kriegt irgend, also wer etwas macht, kriegt auch irgendein Ergebnis. Und dieses Ergebnis können wir wieder bewerten und wieder etwas machen, um ein neues Ergebnis zu erhalten. Aber es geht letzten Endes um Resultate dann, ja. Ich finde übrigens die Metapher mit dem Bild wunderschön, die greife ich gleich mal auf. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Mensch Herr Reuter, ich habe gehört, Sie helfen einem, das eigene Bild im Sinne des Lebenskünstlers zu befüllen, zu gestalten. Was machst du dann mit dem? Wie können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Arbeit mit dir vorstellen? Und erklär es doch am besten so, dass nachher Ströme von Menschen, nachdem sie das Video gesehen haben, zu dir kommen und sagen, genau das will ich von dir. Also, ich beginne mal damit. Die allerallererste Geschichte ist, wenn jemand zu mir kommt, gibt es keine Pauschale, das mache ich jetzt mit dem. Sondern der muss jetzt erst mal zu mir finden. Also es gibt zwei offene Seminare. Das eine, da geht es um Lebenskunst. Also zwei offene Seminare, die ich anbiete neben meinen Firmentätigkeiten. Und Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz, Skill-Profile. Und jetzt kann es verschiedene Wege nach Rom geben. So ist nun mal das Leben. Es kann sein, jemand kommt zu mir und sagt, lieber Stefan Reuter, ich würde gerne in deinem Seminar teilnehmen. Ich möchte inspiriert werden, weil ich möchte es erstens in der Gruppe tun und zweitens will ich irgendwie mehr Leichtigkeit. Und in einem Austausch mit anderen, da werde ich irgendwie inspiriert. So, dann kommt der und dann arbeiten wir dann letzten Endes an ihm, an seinen Themen. Und da gibt es wirklich viele verschiedene Wege nach Rom. Das kann aber auch sein, und das ist mir jetzt wichtig, das zu sagen, dass jemand eher formal kommt. Also ich habe ja auch Menschen, die im Business eine gewisse Position innehaben und die kommen dann oft mit einem fachlichen Thema um die Ecke. Und die sagen, ich würde gerne daran arbeiten, dass die Kommunikation irgendwie noch besser wird. Oder ich habe jetzt eine gewisse Position und da habe ich den Eindruck, ich muss mit vielen anderen Führungskräften entsprechend kommunizieren. Was könnte ich denn da tun? Und dann kann es sein, dass ich, ich habe verschiedene Tools jetzt, also verschiedene Tools erworben, mit denen ich arbeite, Handwerkszeug. Und häufig arbeite ich eben mit Skill Profile in Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz. Es kann sein, dass wir zunächst mal seine Wahrnehmungs- und Wirkungspräferenzen anschauen, sein Repertoire anschauen und gucken, okay, wo steht derjenige denn? Und das Faszinierende ist, wir schauen uns also über ein Tool, Wahrnehmungs- und Wirkungsrepertoire an. Und dann erkläre ich demjenigen, was er da sieht. Und wenn wir jetzt in den Dialog gehen, dann entstehen so Dinge, dass er sagt, naja, ich bin ja aber auch davon überzeugt, dass das so ist. Und schon sind wir mitten im Dialog. Oder er sagt, naja, aber ich kann ja nicht einfach jetzt künftig, wie Sie sagen, die Augenbrauen hochziehen mit dem Kopf nicken und dann sind, dann denken die anderen, ich bin irgendwie sympathischer. Da mache ich mich ja zum Klauen. Das ist ja total übel. Und ich sage ihm dann, ja, wenn Sie es probieren, kriegen Sie ein anderes Feedback. Und dann gucken Sie mal, was das mit Ihnen im Innersten macht. Und das ist eigentlich eine schöne Arbeit. Ja, ich gucke dich genau. Das ist eigentlich eine schöne Arbeit. Was mache ich im Innen? Die innere Arbeit löst etwas aus im Außen. Und die äußere Arbeit, die äußere Veränderung, indem ich was anderes tue und ein anderes Accessoire trage. Oder wenn ich dich anschaue mit Brille und Schal, sagt man ja auch was damit aus. Das macht was mit dir im Innersten, weil ich dir ein Feedback dazu gebe. Also später. Welches denn? Kannst du jetzt machen? Hau raus. Nein, du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Also wenn du heute eine gewisse Reife austrahlen wolltest, natürlich mit hoher Kompetenz, dann gelingt dir das heute bravourös. Gut ist nicht gut genug. Sag mal, du hast eben vom Clown gesprochen. Sind nicht die Clowns die wahren Lebenskünstler? Ach, ich finde schon. Also ich liebe Clowns. Ich liebe Clownerie auch, weil sie den Mut haben, zu scheitern. Und diesen Mut zu scheitern macht uns extrem stark. Wir können das ja von der Bühne, wenn wir einen Vortrag halten und alles soll irgendwie perfekt sein. Es gab eine wahnsinnig schöne, muss ich noch kurz erzählen. Es gab eine wahnsinnig schöne Anekdote. Ich wurde eingeladen, von einem guten Kollegen einen Vortrag zu halten, eben von einem kleinen Podium. Und dann habe ich das gemacht und ich war perfekt vorbereitet, Andreas. Perfekt. Ich habe eine perfekte Rede gehalten und am Schluss verbeuge ich mich so und sagte dann, ihr Stefan Reuter. Und dann habe ich auf den Applaus gewartet. Also die gute Nachricht ist, es kam Applaus, aber ich fand es für das, wie ich es gemacht habe, ziemlich leise, ehrlich gesagt. Und dann habe ich einen lieben Kollegen gefragt und gesagt, du, also besser kann ich nicht. Ich fand das wirklich jetzt super. Also hier anderthalb Stunden hier, alles frei, alles top. Und er sagt, Stefan, das ist ja das Problem. Und ich sage, was? Er sagt, es war zu perfekt, so spricht kein Mensch. Und da war das irgendwie für mich so, wow. Das war so ein bisschen irritierend für mich. Und ich möchte es aus einem Grund erzählen. Ich dachte immer, es muss perfekt sein. Das war so eine Stimme für mich. Es muss alles perfekt sein. Jedes Wort muss sitzen. Es muss überragend sein. Und heute mache ich es echt anders. Wenn ich spüre, es wird zu perfekt, mache ich auch mal Fehler. Absichtlich? Das wäre ja die Perfektion der Unperfektion. Ja, absichtlich. Weil ich dann denke, es ist mir selber irgendwie. Also Fehler ist jetzt immer relativ. Aber ich mache etwas, was eigentlich da jetzt in diesem Kontext, was da so ein bisschen anders ist, was einer, der perfekt jetzt vorträgt, an der Stelle vielleicht nicht machen würde. Lass mich hier nochmal ganz kurz. Bei Kollegen auch schon beobachten. Der dann kurz sagt, wie lange haben wir denn noch? Aber eigentlich ein Redner-Kollege, der sehr genau weiß, wie lange er spricht. Aber sowas kann auch schon dazu führen, so darf ich den noch erzählen? Wie lange haben wir denn noch? Und der war übrigens punktgenau fertig. Altes Schlitzohr. Altes Schlitzohr. Du bist ein junges Schlitzohr. Wie alt bist du eigentlich, Stefan? Ich weiß das gar nicht genau. Wirklich jetzt? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich, okay. Also ich habe jetzt zwar sehr graue Haare. Raus, raus, einfach wie alt. Okay, ja, okay, 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 okay. Ich bin ein 1976er Jahrgang. In Frankreich gab es einen tollen Weißwein Chablis zu dieser Zeit. Also 76. Du bist 76 schon. Dafür siehst du aber noch echt gut aus. 76 geboren? Ja, ja. Sag mal, was war... 46 werde ich dieses Jahr gerne. Danke. Was war dein Motiv eigentlich? Du hast es ja vorhin beschrieben, was du damit machst, wie du mit dem Skill Profile arbeitest. Ich bin wirklich stolz darauf, weil wir haben uns vor vielen, also fast 30 Jahren kennengelernt. Und ich habe damals schon gesehen, yes, das ist einer mit ganz besonderem Potenzial, mit ganz besonderer Qualität. Das weißt du, Stefan. Ich schätze dich sehr als Kollegen. Ich schätze dich sehr als Menschen. Wir reiben uns oft. Aber wir tun das aus meiner Sicht immer mit einer wertschätzenden und wohlwollenden Grundhaltung, sodass wir immer wieder zusammenfinden können. Aber was mich jetzt interessiert, ein bisschen Werbeblock muss sein dürfen. Wir sind ja im Skill Profile Web Talk. Was war dein Motiv seiner Zeit? Was hat dich bewegt, zu sagen, jetzt mal losgelöst, hoffentlich von meiner Person, zu sagen, das Skill Profile, da mache ich den, lasse ich mich zum Master zertifizieren und ich sattel auch noch den Instruktor drauf. Also die Grundhaltung war die, wir hatten zu der damaligen Zeit schon unglaublich viele Tools, um jetzt hier mal einige zu zitieren. Also Biostrukturanalyse, Rolf-Weschirm, Struktogramm, Triogramm, das sind so die Stichworte. Also wir messen Verhalten, Denkstile. Wir hatten alle möglichen Tools, mit denen wir irgendetwas messen. Verhalten, Denkstil, Werte und so weiter und Motive und so. Aber was wir nicht hatten, wir hatten kein Tool, was die Wahrnehmung von Menschen misst. Also wir hatten in der Trainerbranche nicht irgendwie, wir beide reden miteinander, der eine fühlt sich verstanden und der andere irgendwie nicht. Aber jetzt an was liegt es denn? Oder der eine sagt über den anderen, du hörst mir gar nicht zu. Oder ein anderer sagt über den anderen, du bist immer so unemotional. Also all das konnten wir uns, also uns Trainer, nicht richtig erklären. Und was ich bei Skill Profile gefunden habe, ist ein Tool, das die Wechselwirkung zwischen Senden und Empfangen. Kommunikation, mein Hauptspielfeld, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie gelingt es uns, Kommunikation, dermaßen sind es Wort, im Zirkus, du hast vorhin den Clown erwähnt, würde man sagen, möge die Übung gelingen. Also wie gelingt denn Kommunikation irgendwie am besten? Und da fand ich mit Skill Profile eine erste echte Erklärung, dass es mit Wahrnehmung zu tun hat und Wirkungskompetenz. Dass es damit zu tun hat, was ich glaube, was beim anderen ankommt und was tatsächlich beim anderen ankommt. Und das hat mich fasziniert von der ersten Sekunde an. Auf unserer Website, danke für dieses Feedback, das freut mich. Und wenn du sagst, von der ersten Sekunde an, dann klingt das so, als würdest du sagen, und das tut es noch immer. Im Übrigen, wenn ich das, also jetzt Werbeblock hin oder her, aber es ist das Tool, mit dem ich mittlerweile am häufigsten arbeite, weil es ist genial. Es ist einfach genial. Mach das bitte unbedingt weiter so. Ja. Stefan, es wird demnächst die Skill Plattform, also jetzt nicht hier der YouTube Kanal, auf dem man unseren Talks sieht und all die anderen Talks. Da habe ich ja auch gleich noch im Zusammenhang mit dem Kanal eine andere Frage an dich, weil ich vor kurzem die Vaya Wieser Weber interviewt habe zum Thema Verband. Aber da komme ich gleich zu. Es wird, weil das ist das Ziel, dass die Webseite skill-profile.de eine Webseite wird. Die Plattform wird, auf der man sich mit dem Thema Wirkung und Wahrnehmung vollumfänglich und hochkompetent befassen kann. Es wird von dir hier ein Selbstlernprogramm geben, das heißt Ziemlich beste Freunde. Der Titel ist ja eigentlich ein Filmtitel und ist ein, aus meiner Sicht, wundervoller Film, dieser Ziemlich beste Freunde, basierend auf einer wahren Geschichte, eben wo dieser reiche Erbe, der Querschnitt gelähmt ist und so weiter und so fort. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Filmgeschichte. Worum geht es in deinem Selbstlernprogramm? Was kostet das? Was habe ich davon, wenn ich es gemacht habe? Also das nächste Mal ging es dir ja genauso wie wir, dass wahnsinnig viele Menschen heute vor die Kamera treten und in gewisser Weise was machen. Das war eigentlich meine Initialzündung. Ich habe Online-Meetings besucht. Also ich habe sie gehalten. Es waren Teilnehmer da. Ich habe aber auch eigene besucht, wo ich Teilnehmer war. Und dann habe ich öfter solche Gesichter gesehen. Ich habe öfter sowas gesehen. Ich habe öfter irgendwie gesehen. Und dann war für mich irgendwie die Frage, also mir wird es immer schlechter. Da ich jetzt auch Wert lege, dass die Performance so, ich finde die Performance sagt durchaus auch was über die Kompetenz aus, dann denke ich immer, den Menschen musst du helfen. So, aber jetzt, um es konkret und rund zu machen. Ziemlich beste Freunde deswegen. Menschen fangen an, eine YouTube-Show zu gründen. Also der, es gab eine unglaublich schöne Geschichte. Ich war, also ich stand in Ravensburg, hatte so ein Einstecktuch oben drin, stand da direkt vor einem kleinen Hotel und dann kommt ein Junge raus, ganz cool, schaut mich an und sagt, das gefällt mir. Echt cool. Ich sage, was denn? Und er sagt, naja, das Einstecktuch. Servus. Und ich kannte den nicht und sage, wer bist du? Und er sagt, naja, ich bin Florian. Also ich habe hier einen Laden gegründet, Soutery, echt geile Scheiße hier und gibt mir so eine Visitenkarte und ich denke, was macht der? Und der hat Maßmode machen die. Und hat sich natürlich über das Einstecktuch gefreut. Und also ich kürze die Geschichte jetzt ab, weil wir saßen dann unten bei ihm. Das hat mich echt interessiert. Ich liebe so einen Startup-Gedanke. So, dann haben wir Kaffee getrunken, irgendwann Bier, irgendwann Whisky. Dann kam mein väterlicher Radel. Ich sage, ich bestelle zwei Anzüge, weil ich fand die super nett. Und am anderen Tag haben wir das dann alles vermessen. Auf jeden Fall in der Nacht, aber um 0.30 Uhr oder irgendwie so gefühlt, sagte er so, ich fragte ihn, was inspiriert euch eigentlich? Und dann sagte er so, Casey Neistat. Kennst du Casey Neistat? Und ich sage, nein, wer ist Casey Neistat? Und er holt ein Video raus in YouTube und gibt ein Casey Neistat Do What You Can't mit dem Titel und so. Und ich sehe nur einen richtig coolen Film. Dann geile Schnitte. Und dann sage ich, okay, und wer ist Casey Neistat? Ja, der ist Filmemacher. Der ist in YouTube. Und der hat mich mega inspiriert. Weißt du, der macht einfach und so. Und ich dann so, okay, ich muss mir dieses Zeug von Casey Neistat reinziehen. So, das habe ich dann am anderen Tag, also als ich wieder einigermaßen beieinander war, dann durchgeschaut. Und ich muss sagen, das ist durchaus eine Inspirationsquelle. Weil der sagte einen coolen Satz. Ey, wer braucht hier schon irgendwie so. Nimm eine Kamera, nimm dein Handy und fang an. Bau eine YouTube-Show und mache irgendwas. Und dann wurde mir plötzlich klar, ja, es braucht viele Kompetenz in unserer Zeit. Vorstände machen Videos. Die müssen gut wirken. Geschäftsführer wollen irgendeine Botschaft an die Mitarbeiter senden, die von Herzen kommt. Und die sollte meines Erachtens nach auch von Herzen da drüben ankommen. Also wie geht dieses Wechselspiel zwischen Senden und Empfangen über die Kamera, über den Ton? Was macht das Licht? Wie setze ich mich in Szene? Wie meine ich es auch, also wie meine ich es so, dass es bei dir auch so ankommt? Und, 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 und. Und das lernt man bei ziemlich beste Freunde. Ich habe neun Sessions kreiert. Also das Schöne in dieser Session ist eh, du hast neun Sessions, die alle mega praxistauglich sind. Also freue ich mich jetzt schon auf das Feedback von allen Usern. Und wahnsinnig viel Materialien und Unterlagen natürlich zu den einzelnen Sessions. Aber das Schönste ist, wenn ihr es bucht, dann habt ihr mich 30 Minuten direkt vor der Flinde, so wie jetzt. Face to face. Und ich gebe euch dann ein persönliches Feedback. Achso, ja, da muss ich die Aufgabe vorher erklären. Denn du darfst dich selbst filmen und mir das Video schicken. Ich analysiere das mit dir und nehme es 30 Minuten so richtig auseinander. Also es geht tatsächlich um die Performance vor der Kamera? So ist es. Es geht um die Performance vor der Kamera, aber natürlich gehört zur Kamera, also es ist nicht nur das Bild, sondern eben auch der Ton. Und daher diese liebevolle Titel, ziemlich beste Freunde, wer die Geschichte kennt. Zwei Menschen begegnen sich, Kamera und Mensch, und irgendwie muss es dann zusammenpassen. Ich liebe den Film übrigens auch. Was kostet das Programm? Ja, wir haben insgesamt 380 Euro, rufen wir auf, weil es so ein Schnitt ist. Wir haben die Videos individuell gemacht und was viel wichtiger ist, diese persönliche Begegnung mit mir. Also wir haben jetzt 380 Euro für neun Sessions, wo ich wirklich sage, das ist richtig, richtig, richtig preiswert. Aber es stecken so zwei Dinge drin. Erstens, ich darf jetzt nicht sagen, ich will helfen. Du sagst, was du sagen möchtest. Okay, okay, okay. Erstens glaube ich, dass du einen absoluten Mehrwert hast, wenn du buchst. Und das Zweite ist, wir lernen uns auch mal persönlich kennen. Und wer weiß, vielleicht wird daraus eine innigere Geschäftsbeziehung. Das klingt wie eine gute Marketingmaßnahme, denn 380 Euro, sorry, aber das kostest du ja mindestens normalerweise in einer halben Stunde. Und dann kriege ich obendrauf noch das ganze Selbstlernprogramm. Das klingt nach einem guten Plan. Stefan, jetzt habe ich ja eben angekündigt, ich habe gesprochen mit Weyer Visa Weber. Es wird auch hier auf dem Kanal veröffentlicht. Oder wenn unserer ausgestrahlt wird, unserer Talk, dann ist es schon veröffentlicht worden, das Interview. Und das Interview, der Talk mit Weyer Visa Weber trägt den Titel durch Mitgliedschaft zum Millionär. Ja, ist so ein bisschen getragen auch von meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin seit 40 Jahren in dieser Branche und ich war im BDVT, ich war im Club 55, ich war im Unterschiedlichen, bin auch noch in einigen Verbänden und habe tatsächlich dadurch, dass ich dort Mitglied gewesen bin, die größten, die wichtigsten, die spannendsten und auch die lukrativsten Aufträge bekommen. In welchen Verbänden bist du eigentlich? Ich habe jetzt, ich beginne mal mit der, ich bin im Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales. Ja, wie du weißt, kam ich ja damals über deine Empfehlung auch mit in den Club und Jean-Pierre Zosso, ihr habt mich ja beide empfohlen, Mitglied zu werden, weil man ja nur auch per Empfehlung Mitglied werden kann. Halte ich auch nach wie vor für ein wichtiges Qualitätskriterium des Club 55, also kurz genannt Club 55. Und ja, da bin ich Mitglied. Das ist übrig geblieben sozusagen. Aber ich liebe diesen Club, weil wir uns natürlich auf höchstem Niveau mittlerweile nicht nur mit Marketing und Vertrieb, es hängt ja immer auch sehr eng Persönlichkeitsentwicklung dran mit dem, was passiert da. It's of Management, Sales und Marketing. Und das ist natürlich mega spannend. Wir haben hochkarätige Kollegen, wie du weißt. Du warst selber jahrelang in dem Club mit dabei. Und da ist natürlich der Austausch wahnsinnig toll. Man hat tolle Kollegen, man lernt viel. Ich darf hoffentlich auch viel reingeben, wo Kollegen was von mir lernen. Und dieses Wechselspiel findet auf höchstem Niveau statt. Da bin ich drin, weil ich für mich das Gefühl habe, hatte und habe, das ist ein gutes Wechselspiel zwischen ich gebe und ich nehme. Also es ist eine gute Symbiose, wie man so schön sagt. Und ich kann mich zurückerinnern, ich bin am Anfang in den BDVT eingetreten. Da war ich mal Mitglied. Und ich weiß ja, dass die Weiher unglaublich fleißig ist in mittlerweile fast allen Verbänden irgendwie. Also die ist ja unglaublich engagiert. Und der BDVT, das war für mich jetzt irgendwie so gefühlt, man hätte sich mehr einbringen müssen. Man hätte sich mehr einbringen müssen. Also damit meine ich auch mich. Also ich hätte mehr tun müssen und hatte schlichtweg aber auch die Zeit nicht. Und wenn du nicht viel machst, also wenn du nichts reingibst, wenn du mit der Haltung kommst, gemäß dem Motto, der Verband muss mir etwas geben, weil ich zahle ja jetzt auch irgendwie einen Mitgliedsbeitrag, dann finde ich, dann bist du falsch. Also ich habe einen Fehler gemacht, so im Nachhinein. Ich sehe, das Bild ist ein bisschen eingefroren. Ich hoffe, meine Stimme nicht. Nein? Jetzt bin ich wieder da. Alles gut, bewegt dich noch. Ja, solange die Stimme nicht eingefriert, geht es ja noch. Also ich habe gemerkt, beim BDVT, du musst dich schon einbringen, damit auch irgendwas entsteht. Und das habe ich nicht getan. Das zweite Mal, dann war ich bei der GSA-Mitglied, German Speaker Association, weil ich ja doch als Redner viel unterwegs war und aktiv war. Und da hatte ich das Gefühl, alle fragen mich irgendwie, was ich so mache und wie ich so arbeite. Aber das war echt eine Einbahnstraße. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie partizipiere. Und da gab es so zwei, drei Erfahrungen, wo ich gesagt habe, boah Leute, das ist mir zu, da macht ihr mir zu sehr oft dicke Hose. Also ich mache was anderes. Aber das sind so meine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, dass jeder für sich selbst bewerten muss, in welchen Verband er reingeht und wie er netzwerkt. Ich merke schon, um es jetzt auf den Club 55 zu beziehen, ich weiß nicht, ob man dabei Millionär wird. Weiß ich nicht. Aber man macht auf jeden Fall Geschäfte unter Freunden und da kann man auch einen Kollegen empfehlen, der sehr gut ist. Und dadurch ist das Niveau sehr hoch und mit hohem Niveau bekommt man meistens dann auch wieder Folgeaufträge. Also ich glaube, diese Netzwerke nach wie vor sind sehr, sehr wichtig oder Mastermind-Gruppen, wie man heute so schön sagt, dass man sich trifft und austauscht, gerade in unserer Branche. Weil es gibt ja Coaches wie Sand am Meer und da, liebe Zuseher, ist es gut, wenn ihr das nochmal gut unterscheidet. Wer kann mir da wo helfen? Ich bin ja zweimal aus dem Club 55 ausgetreten und überlege ganz ernsthaft, ob ich ein drittes Mal wieder eintreten würde. Würdest du mich empfehlen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde dich durchaus empfehlen, aber ich würde dem Club auch empfehlen, nochmal kritisch zu sein mit den Kriterien für alle Neuaufnahmen. Auch wenn jemand, also gemäß dem Motto, wenn jemand so verdient ist wie du über all die Jahre, da glaube ich, da geht es nicht mehr um die Reputation. Naja, also die Erfahrung ist ja nicht immer auch der gute Ratgeber. Ja, manchmal ist es ganz gut, finde ich. Also nur weil einer seit 40 Jahren in der Branche ist, heißt das nicht, dass er auf einem hohen qualitativen Level ist. Ich finde schon, der muss sich immer wieder auch auf den Prüfstand stellen, wer immer es auch ist oder sie. Lass mich da noch kurz was Einsätze zu sagen. Ich schreibe das total, was du da sagst. Also ich glaube, dass auch wir uns immer wieder weiterentwickeln müssen und die Welt sich unfassbar schnell dann auch dreht. Und was ich aber auch noch hinzufügen möchte, ist, ich spüre halt, dass unglaublich viele in unsere Branche reinkommen, gut Marketing können, aber auch nicht wirklich abliefern. Und ein Satz, der mir häufig begegnet ist, ja, kenne ich, kenne ich, biete ich auch an. Und wenn wir dann aber in die Tiefe gehen, dann erlebe ich eben viel kennen und wenig können. Das hilft mir, die letzte Frage ganz geschmeidig hier anzuschließen, die ich in diesem Talk an dich habe, Stefan. Du, der Könner, in Sachen Lebenskunst, wenn du jetzt noch etwas in Bezug aufs Können weiterentwickeln wollen würdest, in Bezug auf Lebenskunst, an dir selbst, was ist das? Ich würde weiter an meiner Gelassenheit arbeiten, auch gelassen zu bleiben, wenn ich spüre, dass Menschen von mir etwas fordern und auch vielleicht auch ein bisschen provozieren in der Kommunikation, dass ich da nicht immer so schnell aus meiner Mitte komme. Weil ich bin ja ein Mensch, der Dinge wirklich sehr gerne, gerne sehr gut macht. Und wenn ich dann das Gefühl habe, also an mir liegt es jetzt irgendwie nicht, aber der andere gibt mir jetzt die Zeit irgendwie nicht, da komme ich echt aus meiner Mitte. Und wenn mir Menschen wichtig sind, dann dann noch viel mehr. Das schleppe ich dann echt so drei, vier Tage mit mir rum und das tut mir nicht gut. Und übrigens gibt es da oft auch keinen Anlass dazu. Ich habe mal irgendeinen Persönlichkeitstest gemacht und da stand drin, dass ich ganz hoch bin in Politeness, in Höflichkeit. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass ich einfach zu höflich bin manchmal auch. Naja, aber es ist auf jeden Fall, an der Gelassenheit würde ich schon weiter gerne arbeiten. Also ich bin schon wesentlich gelassener geworden. Eine gute Basis zur Zielorientierung oder ich habe es gut ausgeglichen, aber ich spüre, ab und zu holt es mich dann schon noch ein. Dabei belassen wir es jetzt. Lieber Stefan, herzlichen Dank nach Storkach. Ich freue mich auf die nächsten Begegnungen mit dir. Danke dir für das tolle Interview, wie ich finde. Ich hoffe, dass was Gescheites dabei rauskam. Jetzt, liebe Zuschauer, ihr werdet es ja gleich beurteilen.